So, ab zu Ding Dong. Ich mein zu Andong. Ja. Ich muss da noch ein bisschen Gras einsammeln, damit ich... Oh, hier liegt überall noch Eisen, seh ich gerade. Oh, es wird hell. Damit ich, äh... Sehr schon. Ich muss Gras einsammeln. Ja, ich auch. Aber Gras ist da hinten ganz viel. Kommen Sie, erstmal, wir gehen mal zu Dang Dong. Ja, ja, der ist hier irgendwo, ne? Der ist da, da irgendwo. Der hier, ne? Hä? Du läufst in der verkehrten Richtung, aber... Nö, der ist doch hier, oder? Ding Dong. Da ist er. Ist er das? Da ist er, ne? Ist er das? Ne. Mann, guck doch mal hin, ey, wo der ist. Sklave, hier ist er doch, oder? Oder nicht? Bist du der Ding Dong? Wir sprechen doch mal an, wir dann... Ja. Hier. Ja, hier. Ja, der hier. Mit der Glatze hier. Aber das ist er doch nicht. Warte, ich spreche ich sprechen an. Ja. Ne, das ist er nicht. Ja, also, dann komm doch mit. Ich weiß doch, wo der ist. Okay. Wird hier doch oben angezeigt. In diesem Herz? Nein, der Pokal, dieses Ausrufezeichen. Hier ist er doch. Wird hier das nicht angezeigt? Äh, da, ja. Ja, also, dann komm doch auf. Jetzt haut er wieder ab. Ding Dong. Ey, Ding Dong, warte mal. Ding Dong. So. Ich will mithören. Ja, mach ich. Äh, T bestätigen. Hallo. Achso, du musst jetzt. Was du wolltest. Äh, Moment, ich sehe ja nichts. Warte, weil Unterhaltung. Warte, 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 warte. Ah, hallo. Äh, was bist du wollend? Äh, jetzt, da ich Eisen habe, was soll ich als nächstes tun? Also. Mir Idee in den Kopf gekommen. Saburai. Saburorabai. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Sagt, Sklaven können sich mit Geld selbst selber kaufen. Aber natürlich verdienen nie genug dafür. Aber ich arbeite an etwas. Feinster koreanischer Lamellenpanzer. Wenn ich verkaufe, ist genug, um mich zu kaufen. Mein Gott, oh Gott. Aber es gibt ein Problem. Ich kann eine Zeit für fertigstellen. Muss ständig Werkzeuge herstellen. Wenn du Äxte herstellst, ich Zeit, Werk fertigzustellen. Vielleicht fünf. Hohe Qualität. Wenn du dazu bereit, meine Arbeit zu machen, ich bringe dir alles bei. Ich stelle in Rüstung, fertig, verkaufe, bin frei. Viele Träume. Vielleicht könnte ich dich freikaufen. Nein. Ich will nicht schulden. Niemand. Ich will selbst schaffen. Wenn nicht, ist doch ein anderer Besitzer. Bist du bereit, zu arbeiten und zu lernen? Das scheint mir ein angemessener Preis fürs Wissen. Ich bin so froh. Ich so froh, dass du zustimmst. Also, hör gut zu. Erz ist der erste Schritt. Du musst noch einen Schmelzofen bauen. Aha. Ich baue eine Schmiede in deinem Dorf. Ah, okay. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu unserem Dorf. Echt? Mhm. Können wir dann eine Schnellreise hin? Unser Dorf ist ja hier hinten. Wo ist das denn? Da, Plea Village. Kann ich dann eine Schnellreise hin? Aber ey, ich laufe da jetzt nicht hin. Kann das sein, dass wir hier irgendwo so einen Schnellreiseäumel haben? Oh, guck mal. Schweden. Wie kann ich denn jetzt da hinreisen? Baue eine Schmiede in deinem Dorf. Ich guck nochmal eben in den Aufträgen. Ja, ich auch nochmal in die Quest. Baue eine Schmiede in deinem Dorf. Das Bergbaudorf scheint der beste Ort um etwas über Eisen. Das haben wir. Okay. Aber wir haben was falsch gemacht. Was haben wir falsch gemacht? Du musst ja... Geh mal auf öffnete Tore. Ja. Ja, die Quest musst du erstmal machen. Bitte um eine Erlaubnis zum Siedeln. Ja, aber wir haben doch noch nicht Stufe 7. Haben wir jetzt Stufe 7? Nein, 6. Also wir müssen eine Schmiede in deinem Dorf bauen. Also in unserem Dorf. Ja, aber ich laufe doch jetzt was. Wir haben jetzt was gelernt. Aber ich laufe doch nicht wieder zurück. Nee, nee. Also das kannst du ja mal... Ich esse jetzt erstmal ein Ei. Was? Ich esse ein Ei. Ich hab Hunger. Gott. Großes Ei. Das ist doch schlimm. Nee, es ist gekocht, das Ei. Achso. Ich hab auch noch ein Gericht, aber das esse ich später. Aber... Warte mal, hier war gerade so ein Tünnes. Ein Tünnes? Ja, den hätte ich was fragen können, wegen Metallbau und so und... Warte mal, war der das? Irgendeinen hätte ich gerade fragen können. Aber eigentlich ist das ja das Dorf, wo wir hin müssen. Ja, ja, aber eine Schmiede in deinem Dorf. Aber das ist nicht unser Dorf. Das ist unser Dorf, natürlich. Iwasaki ist nicht unser Dorf. Da sind wir doch jetzt, natürlich. Warte mal. Guck mal, der ist eine Sklave, ne? Ach nee, das ist der Dong. Das ist eine Sklavin. Hm. Soll ich den nochmal ansprechen? Naja. Ich arbeite noch an den Äxten. Das musst du sagen. Ja, kann ich ja nicht, weil ich sie es nicht. Achso, 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 okay. Du musst mich ja nicht eingehen. Warte mal, Äxte, 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 Äxte. Steinaxt. Ja, wir müssen erst mal... Achso, wir müssen erst wieder zurück zu unserem Dorf. müssen eine Schmiede bauen und müssen dann diese Eisenachs herstellen. Möchtest du denn auch nochmal in die Höhle und ein bisschen Zeugs holen? Wie viel habe ich denn? Ich guck mal eben nach. Weil ich habe 20, 40, 60, 70, 80, 90. Ja, komm, dann gehen wir nochmal in die Höhle da. Aber ich brauche erst, ich brauche erst Gras. Gras war hier, komm mal mit. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal, dass wir wieder zurück müssen und dann wieder hierhin? Ja, ja, Schwachsinn. Warum? Ja, weil er schwachsinnig ist. Hier ist ganz viel Gras, guck mal. Ja, ich muss unbedingt mitnehmen. Weil ich brauche ja Beleuchtung. Ja, und wir brauchen, ja. Also ich verstehe das jetzt irgendwie nicht so richtig. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder zurücklaufen müssen. Doch. So wie ich dir gerade gesagt habe. Wir haben jetzt in dem Dorf hier was gelernt. Das müssen wir jetzt in unserem Dorf auch einbringen. Mit einer Schmiede. Ja, aber wir sollen ihm doch helfen. Ja, wir sollen ihm die Sachen herstellen. Aber die können wir nur bei uns herstellen, indem wir eine Schmiede bauen. Er hat auf jeden Fall noch eine Spitzhacke herstellen. Ich wusste aber mal, dass wir hingehen konnten und eine Dings machen. Dann wusste ich mal, dass wir eine Schnellreise machen konnten. Gab es das im Dorf? Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Ich habe jetzt ein bisschen Gras. Ich glaube, ich habe zu viel Gras eingesammelt. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Platz für die Steine haben. Ich guck mal, irgendwann habe ich ihn jetzt eingesammelt an Gras. 65 Stück, das sollte wohl reichen. Oh, Piers Petersilie nehme ich auch mal mit. Er weiß, wofür man das braucht. Was brauche ich denn jetzt an Spitzhacke noch mal? Steine. Steine habe ich 23 Stück und Stücke habe ich auch. Stücke sammle ich noch ein. Dann habe ich die. Dann habe ich 40. Das reicht. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen hacken. Trotzdem verstehe ich das irgendwie nicht. Ja, wir bauen eine Schmiede in unserem Dorf. Wir haben jetzt was gelernt hier und jetzt müssen wir wieder nach Hause zählen. Pilgern. Pilgern. So, da ist... Ja, aber wenn du da wieder hinlaufen musst, wie lange... Dann ist das Schwachsinn. Finde ich. Ja, aber was willst du da machen? Wir müssen eine Schmiede in unserem Dorf. Wir können ja nicht hübschen. Wir sind schon darauf angewiesen, unsere Füße zu bewegen. Naja, wahrscheinlich. Leuchtest du da? Willst du stehen? Du musst schlagen, ne? Naja. Ich brauche ja, glaube ich, erst mal genug. Warte mal, ich gucke mal eben. Ich glaube, ich bin in eine verkehrte Richtung, glaube ich. Oh, kann sein. Ach, ich muss eine Sprung herstellen. Okay. Eigentlich bin ich da richtig, glaube ich jetzt. Ich biege mal jetzt ab. Ja, ja, da irgendwo. Ja, ja, genau. Ich stelle auch mal eben Stroh her. Mehr herstellen. Kann man immer gebrauchen. Ich mache mal so... Eine Fackel habe ich jetzt auch. 14 Stück. 12. 12. 12. Wo ist er denn? Immer hier ist er. Bleib du mal da stehen. Ich komme sofort dahin. Warte, ich muss zuerst hacken. So, ich komme mal. Ach, da ist er. Da. Die Spitzhacke habe ich wo? Die habe ich da. Auf vier. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, go, go, go. Mehr denkt dran, du brauchst nicht ganz einen. So kleine Vorkommen sind überall rechts und links. Ja, ich sehe die schon. Hier zum Beispiel. Ja, und hier. Kann ich auch. Oh. Die können wir ja auch in unserem Lager lassen, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wir haben ja ein großes Lager, ne? Muss ich mich mal eben kurz ausruhen, sonst habe ich keine Power mehr. Ja. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob das richtig ist, dass wir wieder zurücklatschen müssen. Ja, wir müssen ihm ja Äxte besorgen. Die Äxte müssen wir herstellen. Die müssen wir in einer Schmiede herstellen. Und die Schmiede müssen wir erst mal tönen. Tja. 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 Kannst du mal versuchen, ob wir hier eine bauen können? Glaubt das zwar irgendwie nicht, aber... Ich glaube, ich muss mal hier jeden Kloppen hier... Wenn es ausprobieren, das stimmt, aber... Das hört sich nach dem kaputten Axtchen. Ja, das ist alles schon fertig. Oh, hier liegt viel. Oder auch nicht. Es wird hier ja angezeigt, ob ihr erztet oder nicht. Also hier ist mal ja nichts. Ja, nichts. Nee. Und hier auch nicht. Man treibt es auch so ein mittleres. Aber ich muss mal weiter reinlaufen, ne? Mittleres. Man ist ja hell genug. Mittleres. Kann ja nichts passieren. Das ist klein. Guck mal. Ich kann mich auch nicht. Ich muss ein bisschen andersrum. Ich muss manchmal drehen. So ein bisschen. Oh. jetzt wird aber hier geäxtet hier alles aber ich hoffe wir werden nicht über du hast ja alles schon abgebaut ist nichts mehr zu holen gar nichts mehr alles leer sollte man vielleicht doch mal bitte ich bin noch nicht fertig so ich komme zurück los leuchte mal für sie brauchst du eigentlich gar nicht ja doch und für die zuschauer natürlich auch da los komme ich weiter so was im schritt gehabt das war komisch aus was habe ich was nein ich habe von dem schritt da sie haben so hallo hallo und hier ist auch noch heißen erst gut hier war auch noch was spitzhacke von besserer qualität benötigt ja das beim mittleren aber hier das kleine kannst du noch mitnehmen aber mir kann ich ja nur das hier nein ich muss eine spitzhacke herstellen das kleine ach so wir können ja mal gucken ob wir hier was herstellen können wir sollen nichts herstellen so was bauen ja meine ich doch geschmiede baue eine schmiede in deinem dorf so jetzt gucken wir mal regende dynastie muss ich nämlich aufbauen dann wahrscheinlich dorf muss ich hier dann auch bei das village da geht das oder weiter was heißt das hier sind so komische zeichen ach so ist nun symbol status kann ich das denn bauen eigentlich schnell reisen machen sind da eine schnellreise punkte oder kann man von schreien zu schreien orte der macht ne schnellreise ist nicht wir müssen laufen glaube ich ich laufe ich wie kann ich denn jetzt überhaupt bauen wie war das noch mal wir müssen auf jeden fall warte mal muss erst mal was essen glaube ich unser unser dorf hat nichts zu essen mehr echt akku kann nicht mehr kochen wir haben ganz schlecht minus 102 die die haben nichts mehr zu essen wir müssen auf jeden fall zurück doch wir haben ein paar wurzeln ich nicht kommen sie wo sind sie dann kommen sie wir gehen jetzt mal zurück unserem dörf aber wenn wir unterwegs noch was finden können wir das ja mitnehmen mir wird schon angebaut hier zieht nicht nur petersilie aber die wollen sehr wohl nicht essen dieser schaff hier es vasabi ich kann ja jetzt hier nicht alles weg klauen ja es geht auch vielleicht nicht aber ich ja das kann man nicht tun mache ich aber gerade was wir brauchen brauchen wir können das auch frei sammeln da müssen wir doch nicht gegen ihre vorräte wegklauen das wäre überhaupt eine idee ja nur bestimmt mal zu fressen menschen hoxton claudin alles hier waren sie mal ich muss mal gucken wo wir jetzt hier raus müssen aus dem dorf club hier oder da 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 wie ist der torino haben sie mal mit wir gehen jetzt mal wieder zu look und bauen eine schmiede in unserem dorf wir sollen erst mal was zu essen bringen ja sollten was dann glaube ich eine möglichkeit damit jemand ich mein pilzer haben wir ja schon aber habe ich doch habe ich doch gesammelt ja fürs dürftchen aber ich muss ganz ehrlich sagen dass das die ist dann hin und her natürlich ja das ist ja nur damit wir was neues lernen es geht ja um unser dorf unser dorf aufzubauen wir haben jetzt metall verarbeitung wir haben jetzt eisen ganz viel aber du hast mir meine frage noch nicht beantwortet ja ich würde gerne wissen wie ich jetzt in das baumenü komme rechte maustaste da habe ich wohl aber das war es auch schon und dann den hammer oder man da kann ich doch nur steinachs herstellen ja das können wir wahrscheinlich nur im dorf machen ja genau mit dem hammer ich muss den hammer auswählen in deinem inventar und wo habe ich den auf zwei haben wir es auf allen kannst du was bauen auf 1 wieso habe ich kein hammer und dann kann hallo austaste und dann kann ich möchte ein hammer da ist da haben wir auf drei jahre ich können wir die auch hier bauen warte mal schmiede dekoration abweißen einfache dorfbauwerke 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 eine schmiede das ist es nicht dorfbeleuchtung tore zäune spirituelle dorfbauwerke du kannst es überall hinstellen ja komm dann gehen wir wieder zurück ja was denn geht's ja laufen da jetzt nicht bis zu unserem dorf einrichtung ist auch nicht gebäude lager wohngebäude produktionsstätten ja wo hast du das schneiderwerke schmiede wo hast du die unter gebäude und möchte jetzt gerne wissen produktionsstätten ok das also eigentlich machst du das hier im dorf da kommen wir machen dann einfach mal wieder so bevor wir zurück rennen ja wenn die dahin nicht so fressen haben sie sind damit mehrere sonst noch gucken dann wohl nicht wahr sein sie sind ja ein witziger mensch natürlich witziger mensch aber es kann ja nicht sein ja wir müssen erst mal befriedigen hier nur doof wenn die alle sterben bei uns im dorf dann haben wir halt pech gehabt aber wir sind ja hier unterwegs die ganze zeit ich kann ja jetzt nicht hier wird jemand und herren wenn man kein auto kann heli kein fotomodus fotomodus aber so war hier so ein teil einzustellen ich muss ja dann auch eine hinstellen dorfbauwerke muss ich ja auch machen doch dorfbauwerke klar oder wo war denn jetzt da gebäude produktionsstätten du vor schmiede 8 die passt hier gar nicht hin die so groß die passt hier gar nicht ja kommen sie mal hier weiterhin ist ja noch ein bisschen plätzchen hier wo sie sind ja einfach jahren weges kont entlang aber ich glaube wir können hier nichts hinstellen weil wir das ein platz haben zum bau doch irgendwo platz nur hier ich versuche mal ich versuche die mal hier hinzustellen alles rot und die brauchen wir zu unserem dorf die brauche ich viel platz ich kann sie nirgendwo hinstellen ja dann müssen wir zu unserem dorf doch zurück weil sie sehen ja selber dass das hier nicht so ist dann funktioniert hier nicht soll man das denn so machen dass wir dann beim die leute wieder dazu wenn wir in unserem dorf sind ja denke ich schon macht wohl eher sinn alles klar freunde dann wir sehen uns in dem anderen dorf also in unserem dorf sehen uns wieder also was genau tschüss